Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ja pünktlich wie die Maurer, damit Sie auch die Folgevorträge erreichen können. Herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt langsam rangearbeitet. Wir haben eben mit unserem Chef-Volkswirt angefangen, mal die globale Perspektive uns anzuschauen. Die, die ihn verpasst haben, können ihn gleich noch hören. Er wird nachher noch mal an den letzten Jahren auf die Bühne dürfen, weil wir platzmäßig gar nicht um Rande kamen. Jetzt hatten wir gerade unseren Chief Investment Officer, der uns mal ganz einfach erklärt hat, wie das mit diesen komplexen Zinsen ist und warum das alles so ist und wie das miteinander zusammenhängt. Ist schon spannend, wenn man mal dahinter schaut. Alles wirkt auf diese Zinsen und manche Themen, wo man es gar nicht von vermutet. Jetzt haben wir die Situation, Volkswirtschaft trägt langfristig. Zinstrends sind auch natürlich langfristig wichtig für die Unternehmen oder eben auch für die Vermögensanlagen. Aber weswegen reden wir über Algorithmus, Trading, über Märkte und Muster und solche Fragestellungen. Warum hören Sie in den Nachrichten, dass der DAX seine Unterstützungslinie getestet hat oder nach oben ausgebrochen ist? Da hoffe ich jetzt mal bald wieder drauf. Es wird mal wieder Zeit. Sowas tut gut. Es ist das schönere Gefühl von allen. Und derjenige, ich habe das bei der großen Ammoderation schon gesagt, der dann schon wach ist, wenn wir noch schlafen, ist Martin Utschneider. Er ist seit zehn Jahren bei uns. Ich weiß gar nicht, warum wir den überhaupt bezahlen, weil der macht das beruflich, was ich als Hobby früher immer gemacht habe. Und das macht so viel Spaß, diese Märkte nach diesen Mustern zu untersuchen. Das ist eigentlich vergnügensteuerpflichtig, Utschneider. Also er ist morgens ganz früh wach, guckt sich das an, hat eine Riesen-Fan-Gemeinde in den Social Media. Das heißt, wer wissen will morgens früh, ob der DAX seine Unterstützung testet, hält oder geschafft hat, wieder im Komfortbereich ist oder ob eine Kopf-Schulter-Formation droht oder ob wir ein spitzes Dreieck haben oder ob der Dollar gerade in eine Entscheidungsphase kommt. Er ist kein Astrologe. Er ist wirklich Deutschlands führender Technikanalyst, regelmäßig in den großen Wirtschaftsfernsehen, live on stage. Und wie gesagt, jeden Tag online für Sie zu erreichen. Und wir als Vorstand der Bank, wir haben jeden Mittag um 13 Uhr ein Anlagekomitee. Da ist er immer derjenige, der als erster aufschlägt, der uns nochmal kurz orientiert, was sagt die aktuelle Technik eigentlich zum Markt? Weil das Fundamentale ändert sich eigentlich jeden Tag. Und die Zinsen auch nicht. Aber was uns natürlich schon interessiert, ist für die Investments, die wir für Sie oder auch für die Bank tätigen, wie ist eigentlich der Rahmen dafür, wie ist die Hygiene? Und das ist ein spannendes Thema. Ich bin mal ganz gespannt, wie Sie diese tolle Materie jetzt rüberbringen wollen, weil da ist so viel Musik drin. Martin Utschneider, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Fitt, für die einleitenden Worte. Mein Name ist Martin Utschneider. Ja, er hat es gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Erste Frage, hört mich hinten jeder gut? Gut. Und es macht Spaß. Ja, es macht Spaß, weil die Märkte sich verändert haben, die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sind irgendwie, wie er sagt, die bleiben gleich, die ändern sich nicht tagtäglich, aber die technischen Situationen, die Markttechnik, die Charttechnik, das ist immer wieder von Neuem. Ja, wenn man in der Früh aufsteht, man steht vor einer neuen Situation. Das macht es manchmal mühselig, das frühe Aufstehen, aber es ist auch dann schön, weil es ist nicht langweilig. Ja, und was machen wir hier? Wir versuchen, Muster in Märkten zu erkennen mit der technischen Analyse. Wir machen keine Tradings im Sinne von, wir probieren jetzt mal schnell was, dass wir in der Früh reingehen und am Abend gehen wir dann raus und haben vielleicht unsere 5% und haben massive Nerven verloren oder was auch immer, sondern wir wollen schon Muster erkennen. Und wie der Herr Fitt gesagt hat, täglicher Austausch ist da auch wirklich ganz notwendig, denn wir denken zwar an Trends, aber Trends können sich ändern. Die in meinem Alter, die kennen den Tom Selleck noch, die kennen noch Modern Talking und die kennen auch noch Miami Vice. Das waren Gassenhauer. Ich kannte das noch als kleines Kind, Miami Vice, die Melodie, dann fährt da das Boot über die Küste und alles war toll, sieht heute kein Mensch mehr. Aktuelles Beispiel auch die Lindenstraße. Ich habe das als kleiner Junge damals zu meiner Mutter gesagt, du, da kommt eine Sendung, ich möchte das gerne anschauen, ich weiß das noch ganz genau, war ich von der ersten Folge an dabei. Das ist ein Lebenstrend für mich, erendet. Keiner wusste, wenn Sie mich vor dem Jahr gefragt haben, du, Lindenstraße, schau mal das nächste Jahr auch noch an, dann hätte ich gesagt, klar, da geht nichts dran vorbei, das ist Kultur, das kommt eine Meldung. Ich war total entsetzt, die ARD setzt die Lindenstraße ab. Trends ändern sich. Das ist jetzt, sag ich mal, wenn man sich so Fernsehsendungen anschaut, ist das das eine, da kommt was Neues nach, aber wenn man am Kapitalmarkt alten Trends hinterher rennt oder versucht, die Trends selbst zu definieren und sagt, ah, das kommt schon wieder, die war doch mal schon bei 100, eine Deutsche Bank war doch schon mal bei X, da geht die schon wieder hin. Wir alle wissen, muss nicht immer so sein und deswegen gehen wir an die Märkte und versuchen eben die Trends zu erkennen oder auch mal Trends, die vielleicht wiederkehren. Ja, vorab zu definieren, macht es Sinn, hier einen langen Atem zu haben oder wollen wir anders investieren? Denn Sie kennen das, Asterix und Obelix, Asterix in Spanien glaube ich, der lange Atem, der fehlt uns alle irgendwo. Wir haben zwar, ja, fundamental eine Meinung über einen Wert, wir haben fundamental auch, dass ja die Informationen, dass diese Aktie eigentlich viel mehr wert ist, als sie im Moment am Markt hergibt, aber der lange Atem fehlt uns ganz, ganz schnell. Da geht es mir genauso. Ja, eine Story aus meinem Leben, vorletzten Winter saß ich da und sage zu meiner Frau, ich komme aus Oberbayern, deswegen zitiere ich jetzt mal, aber ich sage, du bin ich eigentlich der einzige Depp, der nicht Bitcoin hat. und da sagt meine Frau zu mir, kennst du dich aus damit? Da sage ich, nein. Dann sagt sie, okay, dann lass es doch lieber sein, du kennst dich nicht damit aus. Bitcoin war ein Trend, wir waren auf 19.900 irgendwas, jetzt sind wir irgendwo, was weiß ich, 3.000, 4.000, der lange Atem. Wenn jetzt da jemand sagt, ich bin bei 19 rein, vielleicht sind sie mal wieder bei 19, vielleicht sind sie mal wieder bei 20, vielleicht sind sie bei 40.000 oder 100.000, die Bitcoin, aber wer hat denn schon die Nerven oder auch das Gemüt, das auszustehen und genau das ist es, was wir versuchen, auch bei Bitcoin, da haben wir von Donner und Reuschler eine Analyse im Januar, Februar, also fast genau vor einem Jahr, haben wir eine Analyse geschrieben, rein auf technischer Basis, haben davor gewarnt, dass das Kursziel mindestens bei 9.000, wenn nicht tiefer liegen kann. Es hat große Diskussionen aufgeworfen, es wurde auch zitiert in den Medien, auch das Handelsblatt und so weiter, hat diese Analyse aufgenommen und da waren schon die Fragen, du sag mal, weißt du eigentlich, was du da machst, du schreibst dir etwas, du gibst ein Kursziel voraus, das total irrsinnig ist. Da habe ich gesagt, das ist nicht meine persönliche Meinung, das ist ein Muster aus dem Chart, die Indikatoren geben es her, der Markt ist überkauft, die Chart-Technik gibt es her, wir haben Potenzial bis 9.200 und wo wir jetzt stehen in Bitcoin, sehen wir alle und Gott sei Dank habe ich auf meine Frau gehört und habe es nicht gemacht, denn selbst einem, ich sage es jetzt mal, der am Markt ist und das wird uns ja immer unterstellt, wir wissen alles, wir sitzen vor dem PC und wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen gar nicht, wo es im Endeffekt hingeht, aber wir wissen Trends oder wir sehen Trends, wir können Tendenzen ausloten und dann vielleicht mal die Reißleine ziehen, bevor es vielleicht das Gros der anderen macht. Ja, was, warum, wie, das sind die Fragen, die Herr Mumm, die Herr Yildiz, die alle anderen besser beantworten können wie ich. Wenn Sie zu mir fragen, wie ist der Fair Value einer Aktie, sage ich, muss ich mich darauf verlassen, was der Fundamentalanalyst sagt. Wie kommt es zustande, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen aber, oder ich versuche Ihnen zu sagen, wann der richtige Ein- oder der richtige Ausstiegszeitpunkt ist bei dieser Aktie. Das Wann ist das Gros, oder das ist dieses Pfund, das wir in der technischen Analyse haben. Und der Herr Fitt hat es gesagt, wir sprechen auch tagtäglich miteinander, denn die Welt ändert sich fast mittlerweile täglich. Da kommt ein Tweet aus Amerika, da kommt vielleicht eine Meldung aus China, dass der US-Handelsstreit jetzt beendet ist, dann kommt ein Tweet aus China, wird es dementiert, oder ja, es wird gesagt, er ist zu Ende, dann wird es aus den USA dementiert und plötzlich ändert sich das gesamte Konstrukt und das technische Marktbild oder das Muster. Und das Schöne beim technischen Analysten ist, wir haben immer das große Bild vor Augen. Wenn Sie, ein Berater hat mich mir angerufen und hat gesagt, du kannst du für einen Kunden von mir mal den mexikanischen Peso zum US-Dollar durchleuchten. Dann habe ich gesagt, technisch oder fundamental? Dann sagt er, nein, bitte technisch, weil was weiß ich über den amerikanischen Markt, was weiß ich über den mexikanischen Markt, aber ich kann mit dem großen Bild des Charttechnikers oder des technischen Analysten kann ich Muster erkennen und kann dann dem Kunden eine Empfehlung geben, wo es denn hingehen könnte oder wo er seine Risiken streuen, seine Risiken reduzieren sollte, um dann, ja, wenn sich die Welt morgen ändert, der Mauerbau dann plötzlich doch kommt in Mexiko oder auch nicht kommt, das weiß ja keiner von uns, gefasst zu sein auf unerwartete Meldungen, auf unerwartete Änderungen. Und genau das ist, was wir versuchen. Wir haben nicht die Glaskugel, also ich bin immer noch auf der Suche, wurde mal gefragt, wo wir bei Donner und Reuschel die Glaskugel haben, weil wir aufgrund solcher Mechanismen im August, ich weiß das noch ganz genau, das hat auch schlaflose Nächte bei mir verursacht, bei einem Interview bei NTV, beim Stacksstand von 12.300, haben wir gesagt, wir von Donner und Reuschel sehen ein Potenzial bis 10.100 und zwar innerhalb weniger Wochen und Monate. Da waren wir bei 12.3 und dann stellt sich einer hin und sagt Potenzial bis 10.100. Muster, charttechnisch, eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Im Nachhinein hat mich jemand gefragt, woher wusstest du das? Da habe ich gesagt, ich wusste es nicht, ich hatte es nur ausgelotet, dass das Potenzial da ist. Wir waren im Dezember, das war zwischen den Feiertagen, bei 10.280, also wir hatten fast eine Punktlandung und deswegen haben wir genau das versucht, wir versuchten, ein informierter Investor zu sein. Das hat nichts mit Insiderswissen zu tun, sondern den Trend vielleicht vorab zu erkennen, wird die Lindenstraße abgeschafft, fällt der DAX, steigt der Euro, steigt vielleicht sogar der Dollar, was auch immer, um eben auf der Akkumulationsphase unterwegs zu sein. Den Primärtrend, den sekundären oder den tertiären Trend für uns zu nutzen, um zu sagen, wir sind jetzt nicht die Lemminge, die irgendeiner Meldung oder irgendwelchen Medienmeldungen, die sich täglich ändern, hinterherlaufen, sondern wir versuchen vorab zu sehen, wo könnte es hingehen. Und mit der technischen Analyse funktioniert das eigentlich relativ gut. Es gibt auch statistische Erhebungen, welche technischen Konstellationen, die Schulter-Kopf-Schulter-Formation, ein Dreieck, spitzer Winkel, der Herr Fitt hat es vorher erwähnt, welche Formationen es gibt. Da gibt es statistische Erhebungen und zum Beispiel so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 85%. Man muss sie nur erkennen. Man muss sehen, aha, da kommt jetzt so eine Formation auf uns zu, da könnte was passieren, jetzt richten wir uns dementsprechend aus. Deswegen haben wir noch lange nicht die Glaskugel und wir versuchen eben in der Akkumulationsphase schon mal vorab zu investieren, vor dem Trend vielleicht oder vor der großen Masse dabei zu sein. Denn die öffentliche Beteiligung, diesen Herdentrieb, das war ich im Dezember 2017, jetzt muss ich überlegen, 17, ich habe gemeint, die Herde rennt mit dem Bitcoin, ich muss auf diesen Herdentrieb aufspringen und wäre natürlich, ja, hätte Schiffbruch erlitten. Und bei der Distributionsphase ist es auch so, wenn man vorab versucht, sagen wir, vor der großen Masse dabei zu sein, dann versucht man auch, vor der großen Masse wieder zu verkaufen. Diese, ja, das Jahr 2000 hat uns das gelehrt, als Sie dann, das ist jetzt nicht wertend oder despektierlich oder irgendein zu meinen, wenn Sie dann im Taxi oder im Friseur oder wo auch immer Aktientipps bekommen, das musst du haben, das musst du kaufen, dann haben wir einen öffentlichen Herdentrieb, alle laufen irgendeiner Meinung hinterher und plötzlich verselbstständigt sich das und geht plötzlich in die ganz andere Richtung. Genauso wie letztes Jahr, als wir im Dezember eigentlich ja alle hofften, dass eine Jahresendrallye kommt. Es ist ja auch, ich habe gesagt, nein, es ist jetzt zwar eingetreten, aber schöner wäre eine Jahresendrallye gewesen, aber alle haben gehofft. Es wurde auch in den Medien die statistische Eintrittswahrscheinlichkeiten von Jahresendrallyen immer wieder zitiert und erwähnt, aber das Chartbild, das Muster war halt ein anderes. Und dann waren wir in der Distributionsphase und haben bei 12.3 gesagt, also es ist vielleicht ein Umdenken nötig, wenn wir die 11.800 reißen, dann könnte es noch mal massiv nach unten gehen und es ist auch passiert. Nicht, weil ich das erfunden habe, weil ich jetzt besonders toll bin, sondern weil ich mich nur an die Regeln gehalten habe, die Regeln, der Markttechnik, der Charttechnik, muss man ja auch bodenständig bleiben und wirklich das so darstellen, man muss sich an die Regeln halten, dann fällt man nicht aus dem Spiel. Und dann kann das alles funktionieren und dann haben Sie genau das hier. Ich habe das mal versucht, bildlich darzustellen. Das ist der große öffentliche Herdentrieb, die Hälfte fällt eh runter. Besser ist, wenn Sie vorab in der Akkumulationsphase in den PC, sage ich, in den ICE einsteigen, bequem da sitzen und dann ans Ziel kommen. Sie kommen nicht schneller als alle anderen ans Ziel, aber Sie kommen bequem und ohne Schmerzen ans Ziel, wohingegen hier natürlich die Hälfte irgendwann mal runterfällt. Und genau das versuchen wir mit Ihnen zu vermeiden, auch im täglichen Austausch mit Kunden, mit anderen Banken, wie auch immer, zum sagen, wir werden nie den tiefsten Punkt erreichen. Das wäre vermessen und das wäre auch unsergös und fatal, jetzt zu sagen, ich ermittle mit Ihnen den besten Einstiegszeitpunkt und den besten Ausstiegszeitpunkt, aber wir können die Märkte identifizieren im Sinne von Mustern, Clustern und dann sagen, du, jetzt machen wir was im Sinne von einsteigen oder jetzt bleiben wir drin oder wir gehen raus. Denn being a trader is not stressing at all, John, 26 years old, das soll es mal so verdeutlichen, wir sind keine Trader. Das ist Trading in der Früh rein, am Abend raus, macht alt, macht die Taschen leer und ist in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt und der 26-Jährige sieht sehr schnell alt aus, dieser John. Wir wollen, und da erzähle ich Ihnen auch nochmal was so aus meiner Jugend, kann ich ja jetzt schon sagen in dem Alter, als ich vor über 20 Jahren, so lange mache ich jetzt Charttechnik und technische Analyse in der Ausbildung der Sparkasse in Murnau am Staffelsee, das kennen Sie vielleicht, da fragte mich mein Chef, du, Herr Utschneider, pass mal auf, irgendwie, was willst du eigentlich mal in der Bank machen? Dann sage ich, ich weiß es nicht so recht, jeden Tag Anzug ist schon auch nicht meins und Kreditgeschäft, aber mich interessiert so diese Charttechnik, das würde mich mal interessieren. Dann hat er zu mir gesagt, du, passen Sie auf, nennen Sie mir mal vier, fünf DAX-Aktien, die drucke ich Ihnen jetzt aus. vor knapp 20 Jahren, ja, 1998, in der Sparkassenfiliale in Murnau. Dann habe ich ihn vier, fünf Titel genannt. Da war MAN dabei, Mann ist Mann, kennt man ja heutzutage nicht mehr. Dann hat er mir das ausgedruckt, Sie kennen noch diese Nadeldrucker, dieses dann hat er mir das ausgedruckt und dann lag das vor mir. Dann hat er gesagt, jetzt nehmen Sie mal einen Stift und einen Bleistift in die Hand, äh, Stift und ein Lineal in die Hand. Dann habe ich gedacht, was will der jetzt von mir? Ich will doch hier analysieren lernen. Verbinden Sie jetzt mal drei Hochpunkte und drei Tiefpunkte. Dann habe ich das gemacht und dann hat er gesagt, so, jetzt haben Sie einen Trend. Jetzt haben Sie einen Trend. Und Ihrer Meinung nach, wo steht die Mannes Mann? und MAN oder was auch immer. Dann erkannte ich, aha, schau mal, das schaut aus wie ein Kanal. Dann hatte ich schon mal das erste Prinzip erkannt, Trendanalyse. Einfach, simpel. Man meint immer, Charttechnik, technische Analyse, das ist was für ganz Verrückte, das ist was ganz, ganz, ganz Kompliziertes. Es ist ganz einfach, wenn man sich Trends einfach einzeichnet und dann aber auch diesen Trend beherzigt. Wenn ein Trend bricht, bricht er. Wenn eine Linie bricht, dann durchbricht sie. Und mit Hilfe von Indikatoren, die ich Ihnen auch nachher noch kurz vorstelle, oder Mustern, kann man vielleicht schon voraussehen, wo etwas bricht und wo man die Risiken rausnehmen sollte. Der Primärtrend, den kennen wir alle. Ich war mal auf einer Veranstaltung, auch von einem Charttechniker, da ging es auch um Fonds zu vertreiben. Und dann sagt er, machen Sie sich keine Sorge, der langfristige DAX-Chart geht immer nach oben. Das stimmt ja. Wenn Sie den DAX anschauen, vielleicht noch den FAZ-DAX, 1988, es geht alles nach oben. Aber was bringt Ihnen das denn? Wenn Sie heute investieren, 1988, das ist 30 Jahre her, man sagt immer, Aktien sind langfristig die beste Anlageform, aber jetzt kommt wieder die Psyche, wo man sagt, man ist mal 3% hinten, 4%, 5%, was auch immer. Man fängt plötzlich an, nervös zu werden. Oder gierig. So, Utschneider, Bitcoin, warum bin ich nicht dabei? Weil man plötzlich meint, die Herde läuft einem davon. Langfristig, absolut. Wenn Sie heute in Aktien einsteigen, in einen Index, was auch immer, und sagen, ich habe wirklich die Nerven, ich habe wirklich die Ruhe, erst in 20, 30 Jahren mir diesen Fonds, diesen Index, was auch immer wieder anzusehen, ja, dann kann man hier durchaus ein Buy-and-Hold-Investment machen, aber wenn man, und so geht es uns ja alle, zwischendrin in anderes Fahrwasser kommt, sollte man vielleicht mittels sekundär und tertiär Trend auch mal Risiken rausnehmen, vielleicht auch mal, ja, Gewinne mitnehmen. Wir sprechen immer von Risikoreduzierung. Man kann auch mal Gewinne mitnehmen, das nennt sich dann Take Profit, im Gegensatz zum Stop Loss. Und das funktioniert eben, Sie sehen es hier oben wieder, das sind die drei Trends, in denen man eigentlich die Akkumulationsphase, die Distributionsphase für sich nutzt und dann mal Gewinne mitnimmt, die Risiken rausnimmt und einfach besser schläft. Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Zeitwärtstrend, Sie haben mit der technischen Analyse nämlich die Möglichkeit, in allen Marktlagen auch Rendite zu erwirtschaften. Sie können in fallenden Märkten, wenn Sie einen Abwärtstrend erkennen, dann können Sie da genauso Geld verdienen wie in einem Seitwärtsmarkt oder in einem Aufwärtstrend. Sie müssen nicht nur immer die Linien nach oben kennen, sondern auch die anderen beiden Linien, aber Sie sollten sie erkennen und dementsprechend das Muster für sich nutzen und dann auch, ja, langfristig, mittel- oder kurzfristig für sich arbeiten lassen. Da ist es ganz wichtig, jetzt herzugehen und sagen, okay, ich habe eine Meinung, in was für einem Trend befindet sich der Markt? Wir kommen nachher noch auf die fünf Klassiker, DAX, S&P, Bundfuture und so weiter. In was für einem Trend befindet sich denn der Markt? Denn es ist für die Investition ganz entscheidend, ob ich long bin, im steigenden Markt oder ob ich einen Abwärtstrend erkenne oder einen seitwärtsgerichteten Markt. In welchem Stadium Akkumulations- und Distributionsphase bin ich unten und habe das Gefühl, das bricht durch oder bin ich oben und habe das Gefühl, die Luft geht aus, was auch immer. Das sind die ganz entscheidenden Überlegungen, die man sich da, die man sich stellen soll und welches Potenzial oder Risiko habe ich denn? Denn das Potenzial nach oben ist auch oftmals begrenzt. Auch das Risiko nach unten kann begrenzt sein. Ich kann Chancen-Risikoprofile erstellen und sage, okay, mit dem Investment fahre ich jetzt das Risiko X, aber dafür die massive Chance Y. Gehe ich das ein? Mache ich das? Ziehe ich Sicherungsszenarien ein? Anhand der Muster, die ich erkenne? Und dann hat man in diesem sehr volatilen Aktienmarkt, der wird ja immer volatiler. Es ist ja nicht mehr so, dass, ich habe es eingangs erwähnt, wenn volkswirtschaftliche Rahmendaten entscheidend sind, sondern auch Tweets mittlerweile oder irgendwelche Entwicklungen in China sind plötzlich für den deutschen Aktienmarkt entscheidend. Und dann können Sie sagen, okay, welche Risiken, welches Potenzial habe ich und wann reagiere ich? Und welches Anlageverhalten und welches Instrument ist klar, darauf will ich jetzt heute gar nicht eingehen, aber Sie haben für jede Marktsituation, für jedes Muster die Möglichkeit in den Markt zu gehen und sich hier das Chance-Risiko-Profil oder das Chance-Risiko das Beste hier für sich rauszuholen. Jetzt hört sich das alles ganz einfach an. Ist es im Endeffekt auch, man muss die Regeln beachten, aber auch wie beim Herrn Mumm, der Herr Mumm arbeitet ja in der Volkswirtschaft auch top down. Er sieht sich das große Ganze an, bis er dann am Schluss sagt, okay, der Markt Deutschland, der Markt Italien ist so und so zu bewerten und genauso ist es auch in der technischen Analyse. Auch wir arbeiten mit einer Top-down-Strategie, schauen uns das große Ganze an. Wie schaut es auf der Welt aus? Wie schaut der MSCI World aus? Um dann runterzubrechen bis auf den Einzelwert oder das Einzelinvestment. Und da gibt es eine Vielzahl von Dingen und das ist genau der Grund, warum ich so früh aufstehen muss. Um neun öffnet die Börse. Meistens fange ich schon ein, zwei Stunden vorher an, eigentlich immer, die Märkte zu analysieren. Jetzt kann jemand sagen, ja, bist du verrückt, zu früh aufzustehen. Aber es hilft ja nichts. Ich muss vor der Börseneröffnung ein klares Bild haben und das schaffe ich, indem ich zum einen den Gesamtmarkt durchleuchte und dann den DAX, den ich täglich mache, immer wieder von Neuem, ich fange jetzt nicht von Neuem zum Zeichnen an, aber um immer wieder von Neuem die Parameter zu überprüfen. Denn was gestern war, das ist wie bei der Zeitung, was gestern in der Zeitung stand, ist heute alter Käse. Gestern war die Lindenstraße der Gassenhauer, heute schauen es bloß noch drei Millionen, deswegen wird es abgesetzt. Und deswegen gibt es eine Vielzahl an Dingen, die wir uns ansehen, um am Schluss nicht die Glaskugel zu haben oder der Herr Fitt mich anruft und sagt, Herr Utschneider, wo geht es denn heute hin? Dann würde ich auch sagen, Mann, wo es genau hingeht, weiß ich genauso wenig wie jeder andere, aber wir haben dieses Chance-Risikoprofil für heute oder vielleicht für den Rest der Woche oder für den Rest des Jahres, wie es im August war mit dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ja, es ist eine Vielzahl an Dingen, ich will sie damit auch gar nicht überfrachten. Einfach nur mal auf sich wirken lassen, denn allein das ist Tages- oder Wochenfüllen, sich hierzu, hier darüber zu unterhalten. Aber entscheidend ist dieser Pfeil, wir können mögliche Trends der nächsten Tage, Wochen, Monate irgendwo einordnen. Wir können Kauf- und Verkaufs-Orders setzen, Stop-Buy- und Stop-Loss-Marken definieren, um einfach auch das Geld der Kunden, nicht nur unser eigenes, wenn wir Entscheidungen treffen, sondern eben auch mit den Kunden zu sprechen und zu sagen, du, pass mal auf, jetzt bist du in dem Markt 10% vorne. Willst du nicht ein bisschen Risiken rausnehmen, weil das Profil, das Muster ist ja schon wirklich extrem heiß gelaufen. Einfach mal zu sensibilisieren. Einfach zu sagen, du, komm mal, nimm doch mal die 10% mit oder nimm doch mal die 20% mit, denn besser wird es jetzt erstmal nicht laufen. Und dementsprechend, ja, hat man dann eine Konklusion und kann sagen, gut, jetzt sagen sie, ja gut, jetzt redet ihr nur über Risiken reduzieren. Ihr habt vorher zu einem, ich weiß nicht, ob er hier sitzt, zum Herrn gesagt, weil er gesagt hat, es ist ja schön und recht, Risiken zu reduzieren. Ich spreche jetzt mal in der Fußballsprache. Wenn Sie 34 Mal in einer Saison 0 zu 0 spielen, dann haben Sie nie Risiken eingegangen, steigen aber trotzdem ab. Denn es ist jetzt nicht nur unsere Aufgabe von der technischen Analyse bei Donner und Reuschel, Risiken zu reduzieren, sondern es soll ja dann auch was rauskommen dabei. Und das ist genau das. Zum einen, hinten muss die 0 stehen, die Risiken müssen gesichert sein, man muss nach unten abgesichert sein, aber auch nach oben. Es gibt nicht nur die SKS nach unten oder die spitzen Dreiecke nach unten, sondern auch die Chance zu erkennen und zu sagen, so, jetzt macht es Sinn einzusteigen. Der Herr Fitt hat es vorher erwähnt, es wäre jetzt schon wieder schön, wenn der Markt steigt. Das Problem ist, das sehen Sie auch nachher noch im Chart. Also wir kommen jetzt auch, Sie würden hier sagen, Butter bei die Fische, wenn ich es richtig interpretiere. Wir schauen uns Charts an, denn der DAX, Year-to-Date, super, 5, 6, 7%, kann jetzt jeder sagen, er schafft den Turnaround. Jetzt haben wir letztes Jahr ein Minus gesehen, aber heuer läuft es doch ganz gut. Das übergeordnete Muster ist leider noch negativ, trotz dieser Year-to-Date, nennt sich das, also seit Jahresanfangs-Performance. Genau das sehen Sie auch beim S&P, den ich Ihnen hier mal ganz plastisch darzeige. Der S&P, der hat hier unten sich irgendwo gefangen. Ich weiß das noch, hier die große Diskussion, diese W-Formation, also Sie sehen hier noch mal, das ist eine ganz klassische, dürfte hier irgendwo aufgeführt sein, Fortsetzungsformation mit etwaigen Kurszielen, ist hier eine W-Formation. Da hatten wir, damals war ich noch im Asset Management, lange die Diskussion, ja, Martin, wann bricht denn dieses W, wann gehen wir denn nach oben, wann ist es denn so weit? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung. Nur, dieses W muss erst mal brechen, diese 2135 müssen durchstoßen werden, damit wir erst mal wieder darüber sprechen können, dass der US-amerikanische Markt in eine Hoss übergeht. So, jetzt kommt die US-Wahl. Ich weiß es noch, ich habe die Zeitung immer noch bei mir liegen, vor der Wahl hieß es, wenn Trump kommt, raus aus den Aktien, wenn Hillary Clinton kommt, rein in Aktien. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Wir als Techniker hatten da überhaupt keine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wusste damals nicht, ob es gut ist, wenn der Trump kommt für den Aktienmarkt oder ob es schlecht ist, weil der Markt, das ist auch so ein Spruch bei uns, der macht eh, was er will. Aber unsere Maßgabe war und unser Advisory oder unser Statement oder unser Ratschlag war, wir warten erst mal diese Formation ab. Das kann eine Fortsetzungsformation werden, aber erst, wenn sie ausgebildet ist. Das heißt, wir brauchen auch oftmals viel Geduld, viel, ja, auch ein bisschen Nerven im Sinne von, dass wir nicht zu hektisch werden, nicht zu gierig werden und einfach mal abwarten und sagen, okay, jetzt ist es mir eigentlich egal, ob es Trump wird oder nicht, also aus analytischer Sicht, nicht aus persönlicher Sicht, wie auch immer. Ja, dann haben wir hier die Situation, W-Formation wird durchstoßen, wird nochmal kurz getestet und wir haben eine massive Hoss. Jeder sagt immer, die Trump-Hoss, ob es wirklich seine Hoss ist, ob er dafür verantwortlich ist, ob wir es ihm zu verdanken haben, das fragen Sie besser den Herrn Mumm als mich, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht den amerikanischen Markt fundamental jetzt dahingehend erklären, warum die Märkte so massiv steigen, aber sie steigen. Self-fulfilling prophecy der technischen Analyse. Ja, ich habe es nicht gewusst, ich habe nur dann, oder ich, der Kollege sitzt auch hinten, der Herr Rodriguez, der mit mir da in der Zeit auch ganz eng zusammengearbeitet hat, wir hatten gesagt, so, wenn jetzt der Trend sich fortsetzt, dann kann das durchaus was werden. aber dass das eine Hoss wird von 2,135 bis hier oben, Rolando, es war uns so nicht klar, aber wir haben es mitgemacht. Wir haben den Trend laufen lassen, wir waren dann, ja, von der Meinung her long, wir haben den Kunden auch immer gesagt, solange wir diesen unteren Trend nicht verlassen, ist das alles kein Verkauf. Wir hatten eine Dynamisierung im Markt, bis dann plötzlich was kam, wir gingen in den Aufwärtstrend und spätestens hier war es Zeit zu verkaufen, um eben hier das Signal zu bekommen, das alles hat man vermieden, wir haben jetzt hier eine Bodenbildung, jetzt kann jeder sehen, dass sich das wieder erholt hat, aber wir sind nach wie vor nicht im Trend. Also das Ganze ist noch ganz, ganz fragil, sehr sensibel, und wenn da irgendwelche Meldungen kommen, wuff, sind wir vielleicht, das ist jetzt keine Kursprognose, vielleicht wieder ganz unten. Wir haben, die Begriffe haben Sie vorher gehört, im Primärtrend, wir haben ein Ende der Trump-Dynamik, also in Anführungsstrichen, ob es Trump zu verdanken ist, wissen wir nicht, aber seit Trump dran ist, hossieren die Märkte. Der sekundäre Trend bewegt sich irgendwo zwischen 2713 und 2595 und wir haben aktuell eine W-Formation, die bei 2670 ihr zweites W ausbildet, also beim S&P sollte man durchaus, wenn man gut schlafen will und Sie nicht der nervenstarke Trader sind, der sagt, das ist mir alles egal, dann sollte man durchaus mal warten, bis sich der Trend wieder einstellt, denn diese Bodenbildung hier unten, die ist zwar schön und wenn man es hier unten mit, hier so diese Fibonacci-Retracements, wenn man das hier versucht hat, dann hat es auch gut geklappt, aber die Chancen sind momentan höher, Entschuldigung, die Risiken sind momentan höher, als vielleicht die Chancen aus Grund oder aus dem Gesichtspunkt der Trendanalyse. Jetzt kommen wir heim zum DAX. Der DAX sieht momentan so aus. Hier 2009 in dem Bereich, nach der Finanzmarktkrise, wir dachten ja alle irgendwann, uns Banken gibt es irgendwann nicht mehr, jetzt ist alles vorbei, alles geht den Bach runter. Plötzlich, trotz sämtlicher Widrigkeiten, es fing an mit Fukushima, es fing an mit dem Ölpreisschock, es fing an mit Chinesen wachsen nicht mehr plötzlich um 10%, sondern nur noch um 7%, dann kam die Brexit-Abstimmung, dann kam der Rechtsruck in Europa, Le Pen, man hatte Angst in den Niederlanden, man hatte Angst in Frankreich, der DAX marschiert, 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 es ficht ihn alles nicht an. Diese Situation hier, das ist der Brexit, die habe ich, da war ich im Urlaub in Kroatien, ich hatte kein WLAN, ich hatte kein Handy an, nichts, aber für mich war von vornherein als Techniker klar, diese Linie, wenn hält, dann kann uns auch der Brexit nichts anhaben. Kann man jetzt sagen, wie kannst du sowas sagen? Da sage ich nur aus technischer Sicht. Fundamental ist das natürlich alles ein ganz großes Risiko, auf dem wir uns gerade bewegen, aber diese Linie hält. Ich war in Kroatien, ich habe es auch aus der Bild-Zeitung erfahren, was die Briten da entschieden haben. Zwei Tage später, sie liegen in Kroatien am Strand, sie kriegen die Bild-Zeitung am Samstag, das Votum war ja an einem Donnerstag, am Samstag gehe ich zum Supermarkt, hole mir die Bild-Zeitung und dann hieß es Brexit, yes. Dann dachte ich mir, boah, was war passiert? In den zwei Tagen gar nichts aus der Trendfolge oder aus dem Muster. Es ist überhaupt nichts passiert, technisch. Der Markt hat gehalten, der DAX hat gehalten, er hat genau hier getestet und ist dann wieder nach oben gegangen. Jetzt kann mir jeder sagen, im Nachhinein kannst du es immer erzählen, es ist auch nachvollziehbar, dass wir da auch diese Marke definiert haben. Wäre sie gebrochen, keine Ahnung, wo der DAX jetzt stünde oder kurzfristig tendiert hätte. Aber sie hat gehalten, im Gegensatz zu vor kurzer Zeit, als diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier brach, wir uns jetzt immer noch in einem Abwärtstrend bewegen, trotz dieser Year-to-Date-Bewegung. Man muss nach wie vor vorsichtig sein und deswegen ist der Primärtrend im DAX auch so, dass wir uns davon lösen müssen, dass wir hier in einer 10-jährigen Hoss noch sind. Das sind wir nicht. Der Sekundärtrend ist sehr fragil. Also bei 11,6 haben wir eine ganz, ganz, ganz feste Widerstandszone. Und ich hatte es vorher mal erwähnt, ein Trend ist so lange intakt, bis er bricht. Ganz lapidar, ganz simpel. Es muss erst die Kruste aufgebrochen werden, damit wir hier neue Höhen sehen. Und dieser Trend oder dieser Widerstand läuft bei 11.600. Wir sind nach unten bei 10,955 mit einer Supportzone unterwegs, aber die haben wir gestern schon getestet, ganz nah angelaufen. Und ja, wir sind nach wie vor im Abwärtsmodus, trotz dieser Januar-Rallye, die wir jetzt sahen. Das ist auch was, man darf da die Augen nicht vor verschließen. Wenn Sie am 01.01. rein sind in den Markt und haben am 31.01. realisiert, ist es gut, aber der Trend ist nach wie vor abwärtsgerichtet. Könnte man hier sehr schön so einzeichnen und dann hätten Sie auch eine graue Linie und erst ab 11.600 würde jetzt auch ich ruhiger schlafen. Ja, kommen wir zum Gold. Ist auch für viele von Ihnen interessant. Da sind wir aus dem Abwärtstrend heraus. Und auch hier ist das Paradoxe, Gold ist das Krisenasset. Wenn irgendwo die Kanonen donnern, wenn irgendwo irgendwas schlecht läuft, dann musst du Gold haben. Ist nur bedingt richtig, denn das Gold hätte in den ganzen letzten Jahren ja gar nicht fallen dürfen aufgrund dieser Faustformel. Wenn es schlecht läuft an den Märkten, volkswirtschaftlich geh ins Gold. Gold hat einen Abwärtstrend gehabt, hat den verlassen, läuft jetzt hier auch in so eine ganz schöne W-Formation, hat momentan auch eine Marke vor sich, die 1.307, die das Gold erst überschreiten muss, um technisch ein Kaufsignal zu generieren. Bodenbildung ist das eine, bei 1.200, also 1.191. Aber das Chance-Risikoprofil, das wir hier haben, wenn wir die 1.307 durchstoßen, haben wir Luft bis 1.366, rein technisch, also 1.350 oder 1.366 in dem Bereich. Wenn wir es nicht schaffen, diese 1.307 nachhaltig zu halten, sind wir vielleicht ganz schnell wieder bei 1.200, trotz Brexit, trotz Italienkrise. Dann würden Sie sagen, wieso? Es ist doch alles im Argen. Warum steigt denn das Gold nicht? Dann sage ich, fundamental? Keine Ahnung. Technisch kann ich es begründen. Der Euro? Ja. Man sagt immer so, Euro, Dollar, Dollar, Euro. Die Wahl zwischen Pest und Cholera. Beide grenzenlos verschuldet. Sowohl in Amerika als auch in Europa läuft es nicht rund. Wir sind wieder im Abwärtstrend aus Sicht des Euro. Kann man jetzt sagen, ja warum? Der Euro müsste doch jetzt einen gewissen Impuls bekommen, dadurch, dass die FED erst letzte Woche gesagt hat, wir legen eine Zinspause ein. Er macht das aber nicht. Warum? Weil er technisch so dermaßen angeschlagen ist, dass er mit dieser Linie hier kämpft. Also Euro nach wie vor im Abwärtstrend. Wir haben eine Seitwärtstendenz momentan von 1,15 bis 1,12. Ende des Jahres kann sich natürlich die 1,20 nochmal darstellen. Das ist gar nicht so abwegig. Aber im Moment, im sekundären Trend für die nächsten ein, zwei Monate, stellen Sie sich darauf ein, dass der Kampf mit den 1,15 noch ganz, ganz schwer wird. Denn diese 1,15 ist eine Nackenlinie aus einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und die zu durchstoßen ist ganz, ganz schwer, wenn wir sie schon mal unterschritten haben. Zu den Zinsen. Der Herr Yildiz hat Ihnen in einer halben Stunde ausführlich erklärt, wo geht es mit den Zinsen hin. Was haben wir hier? Auch der Bund-Future ist ein guter Indikator für die Zinslandschaft. Und mit dem Durchstoßen hier vor einiger Zeit dieses Abwärtstrends, ja, diesen mehrmonatigen Aufwärtstrend. Ja, wir haben jetzt einen mehrmonatigen Aufwärtstrend, weil wir diesen Trend Lineal-Bleistift verlassen hatten. Damals war noch gar nicht klar, dass plötzlich das Dementi kommt, dass keine Zinserhöhungen kommen bis wahrscheinlich 2020. Der Bund-Future hat es schon irgendwie vorhergesehen. Wir hatten hier eine massive Aufwärtsbewegung, stehen jetzt in einer Range von 166 zu 163. Wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht, als es hieß, die Zinsen werden vielleicht 2019 schon angehoben. Jetzt heißt es nicht vor Herbst, vielleicht gar nicht vor 2020. Mit der technischen Analyse konnte man schon mal akkumulieren. Man hatte also den Herdentrieb, den wir jetzt haben. Jetzt wissen alle, die Zinsen werden nicht erhöht. Hier kam schon mal ein Indikator aus der Technik. Ja, und der Tertiertrend für die nächste Zeit wird sein, der Test der 166. Und dann muss man mal sehen. Aber anhand dieses Bilds kann Ihnen jeder Techniker sagen, auch das, was von der EZB verlautbart wurde, eine Zinserhöhung wird so schnell nicht kommen. Ja, Perspektiven heißt die Veranstaltung hier, Perspektiven 2019. Was wird uns 2019 noch beschäftigen? Und warum haben wir mit der technischen Analyse einen verlässlichen Kompass? Keinen 100-Prozent-Kompass. Ich weiß es ja auch nicht, wo wir am Ende des Jahres stehen, so richtig auf den Punkt genau. Wir haben die Politik, wir haben die Niedrigzins, wir haben die Notenbanken. Die EZB kann plötzlich entscheiden, ach, wir erhöhen die Zinsen doch. Und jeder sagt, wieso, ihr habt es doch am Anfang des Jahres ganz anders von euch gegeben. Kann alles passieren. Die Konjunktur ist eine Variable. Wir wachsen, der Herr Mumm soll mich berichtigen, weltweit zwar um 3,5 Prozent prognostiziert für nächstes Jahr, aber der IWF hat seine Prognose die letzten Wochen schon zweimal reduziert. Da waren wir mal bei 3,9, jetzt sind wir bei 3,7, jetzt sind wir bei 3,5. Alles das wirkt sich positiv oder negativ auf die Märkte aus, die wir nicht vorhersagen können, aber wir können vorhersagen, wo die Linien liegen, wo die Muster liegen, wo man reagieren muss. Und Black Swan, der schwarze Schwan, alles kann irgendwann mal unvorhergesehen eintreten. Sie sind gerüstet mit der technischen Analyse. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen überzogen. Entschuldigung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das ist, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, dann verliert man sich plötzlich in seiner Leidenschaft. Gibt es Ihrerseits Fragen? Ja, bitte. Erstmal möchte ich mich bedanken für den Vortrag. Ich fand ihn sehr interessant. Danke. Ich hatte am Anfang des Vortrages so ein bisschen Ahnung oder Vorstellung, was technische Analyse ist. Jetzt habe ich eine bessere Vorstellung. Aber die Frage, die mich da für mich daraus anschließt, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es auch Aufgabe der technischen Analyse, Marktdaten zu interpretieren und Trends zu erkennen. Marktdaten eher weniger, das macht erfolgswert. Oder Börsendaten. Börsendaten auch eher weniger, sondern wirklich nur den Chart. Wie der Arzt, der vor dem EKG steht und diese Linien interpretiert. Es gibt so einen fatalen Spruch, der heißt der Chart, oder eigentlich einen richtigen Spruch, der Chart diskontiert alle Daten. Der Charttechniker muss eigentlich nichts wissen, er muss nur den Chart interpretieren können. Wenn Sie einen Chart vor sich liegen haben, dann ist das wie der Tabellenstand eines Fußballvereins. Warum steht da jetzt auf Platz 5 der Bundesliga-Tabelle Eintracht Frankfurt? Kann man sich fragen, das ist doch gar nicht berechtigt. Es ist aber so. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Hier und Jetzt und mit der Faktenlage. Wir hinterfragen keine Wirtschaftszahlen. Die hinterfragen wir nicht. Oder BIP-Zahlen. Oder Cashflows. Oder Gewinnwarnungen. Oder Gewinnaussagen von Unternehmen. Sondern wir beschäftigen uns in Anführungsstrichen nur mit dem Chart und mit den Indikatoren. Denn der Chart, das ist wie der Tabellenstand oder wie das Ergebnis einer Weltmeisterschaft, als vor der WM 2018 jeder sagte, ja, Brasilien oder Deutschland, am Schluss sind es die Franzosen. Und keiner wusste warum, aber es ist so. Die hatten ein positives Momentum, die hatten einen Trend, der positiv war, und am Schluss waren sie plötzlich Weltmeister. Es hört sich alles sehr einfach an, sehr simpel. Es ist schon schwierig, aber wenn man nicht überdreht und meint, man weiß jetzt plötzlich alles und versucht zu vorinterpretieren, sondern sich nur ganz demütig an die Marken hält, dann funktioniert es auch wirklich sehr, sehr gut. Applaus